Maschine! Menschen, keine Maschine! Menschen, keine Maschine! Maschine! Kein 2 ist jetzt so. Du hast dich gefahren, ne? Du musst mich eine Probefahrt machen. Voll komisch. Denk für 180. Echt? Du bist du scheiße. Mhm. Aber 180 kannst du mir denken, ne? Okay, das klingt echt komisch. Ja, weil jetzt hat's die ganze Zeit den gleichen Sound, egal wie schnell du bist. Boah, das geht aber ganz schön ab, ey. Mhm. Das ist nur noch lange gerade. Da denkst du, das wird gar nicht schneller und das beschleunigt halt total. Ja, und das Schlimme ist, beim Beschleunigen könnte ich da noch mit leben, ne? Aber beim Bremsen macht das auch keine anderen Sounds, ey. Dann weißt du nie, oh, bremst das jetzt, bremst das nicht. Gummiii! Boah, wie's abgeht, wie's eskaliert! Boah! Hohohoho! Fuck! Geil, ne? Leck mich ab, sag was! Du hast viel mehr zu lenken, ey. Wow, shit! Wow, wow, wow! Wow! Genau so war das bei mir vorhin auch die ganze Zeit mit Daniel im Teamspeak. Und ich die ganze Zeit nur am Schreien, also was ist denn los? Ich so, Alter, fahr mal mit dem Ding, ey. Das dreh voll am Rad. Ich hab's glücklich kaputt gemacht. Krasses Teil, Mann. So, jetzt mal hier den Max-Speed testen. 185 geschafft. Alter, das ist echt scheiße, das Geräusch, Mann. Wie du sagst, ey, du bremst wirst langsam und immer noch das gleiche Geräusch. Mhm. Jetzt geht Gummi, was das Zeug hält. 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70, 80. Komm, ist 182, hier geht noch was. Vielleicht runter. Oh, da sind Sachen im Weg. Warte mal, man kann jetzt. Ach du Scheiße, du kannst in den normalen Klamotten nichts mehr reinpacken. Mal testen, nach wieviel Schüssen uns in die Luft piept. Fährst du da hinten mit dem Truck rum? Mhm. Alter. Wer ist das? Möchte nicht für denks sein hier. Dr. King. Kann man lieber ein paar Meter nach hinten. Boah, es brennt glaube ich schon. Boah, es brennt. Flieg in die Luft. Ja, ich muss erstmal den Benzintank treffen beim E-Bike. Ja. Gar nicht so einfach. Also brennen tut's, aber es ist dann nicht explodiert. Vielleicht kann ein E-Bike auch nicht explodieren, ich weiß es nicht. Ich glaube die Quatsch brennt glaube ich auch nur aus, oder? Ja. Nein. Ja. Ja. Hallo. Oh, das ist der Entweckung. Ich bin so gegen gefahren. Ach, da bin ich jetzt falsch rum dagegen gefahren. Ja. Ja, sieht ja gut aus. Jetzt Schwung, bricht die Gas. Mann ist der Alarm. Ja. Gib ihm. Unter zwei. Komm schon, komm schon. Boah, steht dahinter was? Ne. Gummiii. Wow. Ja. aser Coh ov. Boah. Schaut, blöcklasse. Das isteger nicht immer so, Mann. Ich schwörs dich Alter Aber so ganz neben dich Okay Der arme Doktor King Er stirbt in jedem Stunt So aus Versehen, weil er da gerade stand und ich auf den anderen Oh mein Gott Wie du sagst, du bremst, wirst langsam und immer noch das gleiche Geräusch Jetzt gib Gummi, was das Zeug hält 110 120 130 140 150 60 70 80 282 282 Hier geht noch was Vielleicht runter Oh, da sind Sachen im Weg Ja Warte mal, was kann jetzt? Ach du Scheiße, du kannst in den normalen Klamotten nichts mehr reinpacken Mal testen, nach wieviel Schüsse in die Luft fliegt Mal testen, nach wieviel Schüsse in die Luft fliegt Maschine Maschine Komisch Aber jetzt hat's die ganze Zeit den gleichen Sound, egal wie schnell du fährst Boah, das geht aber ganz schön ab, eh Hm Das ist nur eine lange gerade Da denkst du, das wird gar nicht schneller und das beschleunigt halt total Ja, und das Schlimme ist, beim Beschleunigen könnte ich doch noch mit leben, ne? Aber Vielleicht kann ein E-Bike auch nicht explodieren, ich weiß es nicht Ich glaub die Quatsch brennt glaub ich auch nur aus, oder? Ja Nein Ja Oh, das ist ja komisch, du bist so gegen gefahren Ach, da bin ich jetzt falsch rum dagegen gefahren Ja, sieht ja gut aus Jetzt Schwung, bricht die Gas Mann ist der Larm Ja Gib ihm Ja Unter zwei Komm schon, komm schon Boah, steht dahinter was? Nee Gummiii Wow Yeah Alter wie geil Was ist das? Möchte links sein hier Ähm Dr. King Kann man lieber ein paar Meter nach hinten fahren Oh, das brennt glaub ich schon Oh, das brennt Was brennt? Flieg in die Luft Ja, ich muss erstmal den Benzintank treffen beim A-Bike Ja Gar nicht so einfach Also brennen tut's aber es ist dann nicht explodiert Aber beim Bremsen macht das auch keine anderen Sounds, ey, dann weißt du nie... Bremst du's jetzt? Bremst du's jetzt? Gummiii Gummiii Boah, wie's abgeht, wie's eskaliert Boah Hohohoho Fuck Boah Leck mich ab, sag was Boah 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 Genau so war das von mir von auch Ich war mit Daniel im TeamSpeak Und ich die ganze Zeit nur am Schreien, also was ist denn los? Ich so Alter, fahr mal mit dem Ding, ey Das dreht voll am Rad Ich hab's nicht kaputt gemacht Krasses Teil, man So, jetzt mal hier den Max-Speed testen 180 geschafft Alter, das ist echt scheiße, das Geräusch